Hallo, hier ist Hans Heinrich. Ich bin heute Abend in Bad Rothach angekommen. Also ein Stückchen vom Track weg, aber nicht viel im Kurbewesen. Und ja, das Wetter war ziemlich mies. Hat alle 10 Minuten ziemlich heftig geregnet. Und vom mal gelobten, mal kritisierten Erfalt hinterm Mörderich-Sprint habe ich nicht so profitieren können. Denn in der Nacht ist hier ein Unwetter durchgezogen und im Sprint lag auch die Gutwegstrecke voller Dicker Eise. Einmal war sogar ein Baum komplett über Track gelegt. Ja, also es war ziemlich anstrengend, aber ich bin weiterhin gut mutig, dass ich doch irgendwie hinweg werde. In diesem Sinne, einen schönen Gruß in die Runde. Bis demnächst wieder.